Ja, können wir das überspringen? Ja, können wir. Hatten wir ja gerade erst. Was ist los? Und rein hin! Hopp! No, falsche Taste! Fuck! Ich kann das nicht. So ist gut, so. Ich kann das nicht überspringen. Ich bin ja blöd. Wo ist er hin? Na, mach! Hol deine... Wieder nicht. Na ja. Schwierige Geburt. Sehr schwierige Geburt. Die Dinger laufen nicht sonderlich. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Noch weniger als die Tee kann. Da ist ein Weg. Da lang geht's zur Mieze Katze und zum Schluss und da zu einer Schweineschnauze. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir erst zur Schweineschnauze. Auf meine Schnauze. Okay. Da lang. Oh, die schwebt auch noch. Nein! Daneben! Scheiße! Nochmal! Wo bin ich denn? Hä? Achso! Ah, da komme ich her. Jetzt weiß ich, wo ich bin. Ich dachte so, wie kann denn jetzt schon wieder eine neue Tür sein. So. Naja, auf geht's nochmal von vorne. Das klappt eigentlich ganz gut, weil die bleiben ja noch eine ganze Weile zumindest angedeutet. Gut. Nur die da finde ich nicht so leicht. Nein. Da finde ich noch eine. Okay. Richtig? Ja. Gut. Sehr schön. Jetzt suchen wir die Schnauze. Ist das irgendwo hier? Das ist ja komisch. Naja, vielleicht noch weiter. Was ist hier? Außer morschen Brettern? Picknickkorb. Okay. Die Kamera ein bisschen justieren. Solange ich nur laufen muss, ist es ja einfach. Hier mittendrin wäre auch ein gutes Versteck für die Schweineschnauze. Die ich aber immer noch nicht sehe. Da oben. Oh Gott. Wo ich sowieso schon so super klarkomme. Und dann auch noch ein bewegendes Ding. Ganz großes Tennis. Genau das brauchte ich. Okay. Irgendwie da hoch. Oh. So, die Zähne nehmen wir aber mit, wenn sie schon mal da sind. Oh, ein Trepper. Rauf hier. Gut. Oh Gott. Jetzt muss ich ja wieder zurück, ne? Äh. Das finde ich ein bisschen blöd, aber oh Gott. Ich habe es hierher geschafft. Also schaffe ich es auch wieder zurück. So, bis an den Rand. Ah. Fuck. Knapp. Daneben ist auch vorbei. Oh, Neg muss den Weg zurück. Oh, wie scheiße. Na ja. Wäre auch zu einfach gewesen. Nein. Ah. Wieder daneben. Ich hätte schweben sollen. Nochmal. Ich kann das. Irgendwann. Nein. Wobei ich den ganzen Unsinn. jetzt auch nur wegen einer blöden Schweineschnauze gemacht habe. Und ein paar Zehen. Wahnsinn. Ja, ja. Glibber nicht so rum. Oh. Schafft. So. Die ist nicht so schwer. Dachte ich eigentlich. Oh. Oh. Oh Gott ist das ätzend. Wenn man nicht springen kann. Nein. Oh Gott. Oh Gott, ich seh' sie nicht. Oh! Okay, das war, äh, gut. Zähne nehmen wir mit. Ist hier noch irgendwas? Da ist ein Schlüssel noch. Oh! Ich kann die Kamera einfach nicht. So, hier ist hoffentlich jetzt aber ne Erinnerung drin. Nein, eine Flasche. Und eine Kiste. Super. Das brauchte ich. Noch eine Kiste. Na gut, drei Kisten sind okay. Trotzdem wäre mir ne Erinnerung lieber gewesen. Ich muss sagen, ja, ich komm nicht ganz so drüber weg. Ich find das Kleid irgendwie schon cool, aber es gefällt mir nicht. Also ich würde das nicht anziehen. L.T. L.T. Fassboden. Oh, Mietsegatte. Was liegt unter dieser Patina des Anstands? Etwas Sündiges, jede Wette. Gut. Etwas Sündiges. Wer bist du? Wer bist du? Kein Gegner auf jeden Fall. Kann man nicht kaputt machen? Nein. Nein. Okay. Ich hab Angst, dass ich was verpasse. So, warte. Ist hier irgendwo... Ja, siehste. Wusste ich's doch. Es hat sich hier so gut angeboten. Es hat sich einfach so angeboten. Ich weiß nicht warum. Einfach so. Warte mal, ist da oben was? Sieht irgendwie so aus. Als wäre das hier... Sprengbar. Genau. Oder kann man glauben. Nee. Hier geht's irgendwo lang. Ich hab Angst. Geht's hier wirklich lang? Oder... Vielleicht geht's hier auch wirklich lang. Und dann hab ich das andere Secret verpasst. Nicht noch einer. Na komm, mach deine Bombe. Oh Gott, wie du mir auf den Sack gehst. Na mach! Der stresst mich. Und es leckt. Tot? Auf und gleich.